Stilmeister Gustav Klimt wird morgen in Kamam-Attersee ein neues Gustav-Klimt-Zentrum eröffnet und das mit einer besonderen Attraktion. Für zehn Tage kehrt das auf 40 Millionen Euro geschätzte Werk am Attersee an den Ort seiner Entstehung zurück. Das neue Zentrum ist in Zusammenarbeit mit dem Leopold-Museum Wien entstanden. Es dokumentiert die jahrelange, sommerfrische Beziehung des Künstlers.